Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dom's MOBA Channel. Heute geht es ja wieder um die Lichtsteuerung in einem Haus, das belebte Haus. Wir wollen verschiedene Lichter an- und ausgehen lassen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Einfach damit das so wirkt, als wenn da jemand zu Hause wäre, ab und zu da in dem Zimmer das Licht anmacht, ab und zu in dem Zimmer das Licht anmacht und wieder aus. Besonders gut kommt es natürlich in größeren Häusen, in Großstadtgebäuden, aber genauso gut in irgendwelchen Einfamilienhäusern umsetzbar. Ihr müsst dann eben das Haus so aufbauen, dass es wirklich einzelne Räume hat, dass die Fenster einzeln beleuchtet sind. Dann kann man das sehr gut machen und bringt ein bisschen Leben auf die Modellbahnlandschaft. Und das ist ja das, was wir in dieser Arturino-Reihe hauptsächlich machen wollen. Mehr Leben auf der Modellbahnlandschaft, nicht nur Züge fahren im Kreis, sondern da bewegt sich was, das Licht geht ein bisschen an, vielleicht etwas mit Sound. Und das können wir eben mit dieser Lichtsteuerung für die Häuschen ganz gut machen, ganz einfach machen. Und wie genau das zeige ich euch jetzt. Was wir dazu brauchen ist ein Arduino, wir brauchen ein Breadboard, wir brauchen verschiedene Breadboard-Kabel und LEDs und die passenden Widerstände dazu. Der Unterschied zu dem letzten Mal, wo wir diese Häusersteuerung, dieses belebte Haus gemacht haben, beim letzten Mal haben wir das komplett ausprogrammiert. Wir haben versucht, jede Zeit einzeln zu steuern. Wir haben gesagt, wann welches Licht ein- und ausgehen sollte. Beim letzten Mal haben wir das frei aus dem Bauch heraus entschieden. Wir hätten aber auch sagen können, das ist der Flur, das ist das Wohnzimmer, das ist das Klo und genau definierte Abläufe bestimmen können. Das ist natürlich sehr zeitaufwendig, kann aber auch vorteilhaft sein, wenn man eben genau einen bestimmten Ablauf braucht. In diesem Fall machen wir das jetzt durch absolut reinen Zufall und zwar lassen wir den Arduino entscheiden, welches Licht wann an- und wann ausgeht. Der Arduino an sich ist eigentlich nicht in der Lage, ein Zufallprodukt zu generieren. Deswegen müssen wir ihm nachher sagen, auf welcher Basis er eine Auswahl treffen soll. Also wir legen einen bestimmten Bereich fest und wir sagen, auf welcher Basis der Arduino entscheiden soll, welchen Wert er aus diesem Bereich nehmen darf. Aber eigentlich beginnen wir ganz normal, wie in jedem anderen Sketch auch und dazu schwenke ich jetzt rüber hier auf den Laptop. Und zwar wir beginnen mit der Definition unserer Ein- und Ausgangsgänge. Und zwar benennen wir dazu eine integer Variable, die nennen wir jetzt einfach mal LED und wir könnten sie jetzt LED 1, 2, 3, 4, 5. In unserem Fall arbeiten wir ja mit 5 LEDs benennen. Ich benenne sie jetzt einfach LED 3, weil ich die auch auf den Ausgang 3 lege. Und deswegen schreibe ich hier die 3 hier rein und muss natürlich mit dem Semikolon abschließen. Die, die schon öfters mit Arduino gearbeitet haben, kennen das bereits. Die, die neun mit dem Arduino arbeiten, wenn wir mit dem Arduino arbeiten, kurze Erklärung, int, bedeutet wir definieren hier eine Integer Variable, die heißt LED 3 trägt diesen Namen und im Hintergrund steht sie für die Zahl 3. Das heißt überall, wo ich jetzt hier LED 3 schreibe nachher in meinem Sketch, in meinem Programm, liest der Arduino eigentlich nur die Zahl 3. Das ist alles. Genauso gehen wir weiter mit LED 4, ist gleich 4, Semikolon und so weiter. So, wir haben jetzt also alle 5 LEDs einen Namen gegeben, LED 3 bis LED 7. Und dann werden wir noch verschiedene Variablen benennen, die eben unsere Zufallswerte abspeichern. Also wir benennen einfach mal eine Integer Variable und sagen, RAND, ja, das ist dieser Zufallswert, also ihr seht, ihr seht, er macht das auch gleich rot, also er will da etwas machen, aber weil wir jetzt gleich weiterschreiben, nimmt er das Rote wieder weg, macht es das Schwarz, also das Rote ist nachher dieser Zufallswert, RAND. Und jetzt können wir sagen, wie wir das benennen wollen. Ich sage jetzt einfach mal hier ON, OFF, die O ist jeweils groß geschrieben, dass man es leichter lesen kann, RAND, ON, OFF. Also ich benenne eine Integer Variable, die heißt RAND, ON, OFF. Und ich möchte ihr nicht direkt einen Wert zuweisen. Ich möchte diese Variable hier einfach nur benennen. Dann brauche ich kein Ist-Gleichschreiben, sondern mache einfach mein Semikolon und es ist abgeschlossen. Also das ist die erste Zufallsvariable, die wir generieren. Anhand von dieser Zufallsvariable entscheiden wir, ob im nächsten Schritt eine LED angeschaltet wird oder ob eine LED ausgeschaltet wird. Das ist der erste Zufallsvariable, den wir einschlagen. Entweder ein oder aus lassen wir den Arduino entscheiden nachher. Die zweite Entscheidung ist, welche LED wir anschalten möchten. Und die nenne ich jetzt einfach mal RAND Nummer N, kleines R, auch wieder wegen der Lesbarkeit. Also nachdem wir jetzt den Arduino entscheiden lassen haben, an oder aus, sagen wir, er hat jetzt gewählt, ich möchte eine LED anschalten. Dann sagen wir jetzt als nächstes, okay, jetzt wähle aus, welche LED du denn anschalten möchtest. Indem wir diese Integer Variable RAND N, RAND Nummer bestückt mit einer Zahl von 3 bis 7 später. Dann brauchen wir noch eine Variable, die die Zeit definiert, die Pausen, die zwischen einer Änderung gemacht werden. Und die nennen wir einfach, wie könnte es anders sein, wieder RAND, natürlich mit A geschrieben, RAND und diesmal sagen wir Delay. Delay steht einfach immer für die Pause beim Arduino. Die, die länger programmieren, wissen das natürlich. Das wären mal unsere Variablen, die wir einfach zu Beginn des Sketches einmal definiert haben. Und jetzt beginnen wir mit unserem Void Setup. In dem Void Setup, da müssen wir zum Beispiel den Modus festlegen, was die Pins jetzt hier sind. Sind es Eingänge oder sind es Ausgänge? Das weiß der Arduino ja noch nicht. Grundsätzlich geht ihr immer davon aus, alles ist erstmal ein Eingang. Wir möchten ja aber LEDs schalten, also geben wir Strom sozusagen hinaus. Müssen wir also definieren. Pin Mode, großes M. Ihr seht, das wird wieder rot. Immer wenn sich die Farbe ändern, ist dahinter ein Prozess hinterlegt, sozusagen beim Arduino. Wir machen die Klammer auf, sagen jetzt, welchen Pin wir wählen. Wir sagen jetzt LED 3, könnten natürlich auch einfach 3 schreiben, wie es uns beliebt. Komma und sagen jetzt, du bist ein Output. Und ihr seht, es wird wieder die Farbe geändert, diesmal in Blau. Also hier passiert wieder etwas. Mit dem Semikolon abschließen, ganz wichtig. Jetzt, das war nichts, wollte ich eigentlich das kopieren. Zack, Command C oder Steuerung C am Windows. Ich programmiere hier am Mac, aber einfach den allgemein üblichen Befehl fürs Kopieren. Command V, Command V, Command V, Command V. Genau, genau, 5 mal so viele LEDs, wie wir haben. Und dann ändere ich die Zahlen einfach noch kurz ab. 6 und 7. Und jetzt habe ich alle Pins, auf denen eine LED hängt, eben dementsprechend als Output definiert. Je nachdem, wie viele LEDs ihr habt. Also in meinem Beispiel sind es, wie gesagt, hier nur 5. Der Arduino hat natürlich viel mehr Ausgänge, wo man LEDs anschließen kann, wenn man große Gebäude hat. Oder ich habe zum Beispiel in einer Häuserzeile mit Stadthäusern immer zwei Häuser zusammengefasst, mit einem Arduino gesteuert. Dann kann man natürlich hier viel mehr LEDs anlegen. Muss natürlich alle LED-Ausgänge dementsprechend als Output definieren. Dann kommen wir schon zum Loop-Teil eigentlich. Zum tatsächlichen Programmieren unseres Ablaufes, den wir steuern wollen. Zunächst einmal, wie gesagt, der Arduino ist nicht in der Lage, selber einen wirklichen Zufallswert zu generieren. Der wirklich zufällig gezeugt wird. Deswegen geben wir ihm vor, auf welcher Basis er denn einen Zufallswert generieren soll. Wir nehmen hier die innere Uhr, wenn man das so sagen möchte, des Arduinos. Und sagen, anhand von der Uhr, von dieser Zeit, die da intern abläuft, von den Millisekunden, die er immer wieder mitzählt. Anhand von dieser Basis generieren wir einen Zufallswert. Und da dieser Wert, der drinnen in dieser Uhr abläuft, sich ja ständig ändert, ist es auch möglich, diesen Wert, der generiert wird, beim nächsten Durchlaufen des Loops, eben einen neuen, anderen Wert zu erzeugen, wie der, der vorher war. Ich hoffe, Sie haben es einigermaßen verständlich erklärt. Wenn nicht, egal, dann schreibt einfach mit. Das muss man einmal machen und zwar muss man den Random Seed, nennt sich das dann, bestimmen. Random Seed, wir sehen, es verändert sich wieder die Farbe. Wir haben alles richtig geschrieben. Dann machen wir die Klammer auf und schreiben hier jetzt einfach mal Millis hinein. Also das ist diese interne Uhr, die wir hier abfragen. Klammer auf, Klammer zu und nochmal die Klammer zu. Dann ist das ganze Ding abgeschlossen mit dem Semikolon. Diese Zeile ist fertig. Also jetzt weiß er, er muss jetzt für sämtliche Random-Aktionen, für sämtliche Zufallswerte, die er demnächst braucht, nimmt er diesen Millis-Wert. In der nächsten Zeile generieren wir dann unseren ersten Wert. Random, On, Off. Wir haben hier einfach nur diese Integer-Variable abgerufen. Und wir wollen sie beschreiben, also mit einem istgleich. Immer wenn wir etwas beschreiben, ein istgleich. Wenn wir etwas abfragen, zwei istgleich. Also Random, On, Off istgleich. Und jetzt erzeugen wir mit dem tatsächlichen Random-Befehl einfach nur random schreiben. Das bleibt rot, die Klammer geht auf. Und jetzt definieren wir den erstmöglichen Wert. Und den Wert, der nicht mehr möglich ist. Also das ist ein bisschen kompliziert. Fragt mich nicht, warum die Programmierer das damals so entschieden haben. Wir wollen jetzt unterscheiden zwischen 1 und 2. 1 wäre also, wir schalten die LED an. 2 wäre, wir schalten die LED auf. Das heißt, der erstmögliche Wert wäre 1. Dann müssen wir ein Komma schreiben. Und der erste Wert, der nicht mehr möglich ist. In dem Fall 3, weil 2 wollen wir ja noch möglich haben. 3 wollen wir bereits nicht mehr als Option haben. Dann die Klammer zu und mit dem Semikolon abschließen. Also wir schreiben jetzt in Random, On, Off. Entweder eine 1 oder eine 2. Und die 3, die ist nicht mehr möglich. Genau. Des Weiteren, oder beziehungsweise springen wir erstmal in den Teil hinein, indem wir an- und ausschalten. Und in einen Teil hinein springen, wenn, und hier benutzen wir das englische Wort für wenn, also if, also schreiben wir das, if, es wird wieder grün, also hier ist eine Funktion dahinter, Klammer auf, random, on, off, also wenn die Variable, random, on, off, und jetzt kommt eben das Gesagte, gleich, gleich, ist gleich, kann man sich auch merken, ist gleich, 2 Wörter, ist gleich 1 in dem Fall. Also wenn, if, die Variable, die hier drin steht, gleich 1 ist, sie muss genau gleich entsprechen, nicht größer, nicht kleiner, genau 1 entsprechen. Dann springen wir in die nächste Zeile und machen eine geschweifte Klammer. Damit starten wir diesen if-Teil, er macht die geschweifte Klammer gleich wieder zu. Und jetzt starten wir hier diesen if-Teil. Alles, was wir jetzt hier drin schreiben, passiert nur dann, wenn diese Integer-Variable exakt 1 ist. Und dann starten wir einfach mal, indem wir sagen, rand nr, also wir wollen jetzt die zweite Zufallsvariable beschreiben. Genau, das ist das Strichwort, beschreiben. Also wieder nur 1 ist gleich. Mit einem Zufallswert, also schreiben wir random, Klammer auf, wieder die erstmögliche Zahl nennen, Komma, Leerzeichen, und dann die erste Zahl, die nicht mehr möglich sein sollte. Also wir haben 3 als erste LED oder als erster Pin, der möglich wäre, und wir haben die 8 als erster Wert, der nicht mehr möglich sein soll. Und da kommen wir jetzt zu einem Punkt, deswegen ist es relativ wichtig, am Anfang die LEDs, die Pins der LEDs, wirklich am Stück zu benennen. Also wir können hier jetzt nicht 3, 7 und 12 nehmen, weil wir dann hier nicht mehr am Stück arbeiten und der Zufallswert jetzt hier auch 3 und alles, was dazwischen liegt, als Zufallswert herausgeben kann. Kann man natürlich machen, dann dauert das Ganze länger, bis es nochmal umschaltet, oder man macht es eben am Stück, was ich für deutlich sinnvoller halte. Und dann sagen wir digital write. Digital write, also wir schreiben digital jetzt was, einen Ausgang, und zwar, Klammer auf, nehmen wir den Wert, der hier gerade generiert wurde, der Ausgangswert, und zwar möchten wir diesen auf high schreiben, Klammer zu, Semikolon. So, wir haben jetzt also hier entschieden, schalten wir an oder aus, sagen, wenn wir anschalten wollen, dann generiere uns irgendeinen Zufallswert an Ausgangspins, und diesen schalte mir ein. Und jetzt wollen wir natürlich noch etwas abwarten. Aber das machen wir jetzt nicht hier rein, sondern wir wollen ja immer abwarten. Egal, ob wir eine LED angeschaltet oder ausgeschaltet haben, wir wollen ja immer abwarten. Also ist eigentlich unser if-Teil an dieser Stelle beendet. Mit dem Abwarten wieder dasselbe Spielchen. Rant, Delay, also wir rufen jetzt wieder diese Integer-Variable ab, beschreiben diese mit einem istgleich, sagen dann den Befehl random, generiere uns irgendeinen Zufallswert, und zwar im Bereich, und jetzt kann man hier eine Zeit festlegen, in der man möchte, dass irgendwas umschaltet, sagen wir mal von einer Sekunde, die Zeileingabe übrigens immer in Millisekunden, also 1000 Komma Leerzeichen und 10 Sekunden, 10.000. Also generiere uns einen Wert, der zwischen einer Sekunde und 10 Sekunden ist, im Bereich Millisekunden, also es kann auch mal 7398 dabei rauskommen, völlig egal, und warten wir das dann ab. Delay, Klammer auf, Rant, Delay, Klammer zu, Semikolon. Also mit diesem Befehl Delay, heißt es einfach nur, warte ab, und zwar so lang, wie das, was in der Klammer steht, in Millisekunden eingegeben, und jetzt liest du hier, Rant, Delay, sagt, aha, okay, das ist eine Intoucher-Variable, kenne ich ja schon, was steht denn da drin, und das, was da drin steht, wurde eben in der Zeile darüber generiert. Aber jetzt haben wir ja nur die LEDs angeschaltet, wir müssen sie ja auch irgendwo wieder ausschalten, deswegen springen wir hier vor diese Pause, die wir machen, weil wie gesagt, die Pause soll ja für beide zählen. Also springen wir hier rein, und wann wollen wir anschalten? Genau, wenn dieser Befehl Random On Off auf der 2 steht. Also können wir im Prinzip diesen kompletten Bereich hier jetzt einfach mal markieren, wieder mit dem Befehl fürs Kopieren, Kopieren, und dann mit dem Befehl für Einfügen, eben Einfügen, und ändern das jetzt auf 2 ab. Also wenn nicht die 1 dabei rauskommt, bei diesem Zufallswert hier, sondern die 2, dann springen wir eben in die Zeile rein. Wir generieren wieder eine zufällige Nummer, von einem Ausgang, den wir nun ausschalten wollen, und diesmal schalten wir diesen zufälligen Ausgang nicht hoch, sondern runter, wenn man das so übersetzen kann. Also anstatt Ein schalten wir ihn diesmal aus. Und das Ganze dann eben mit der geschweiften Klammer schließen, und anschließend warten wir erst ab. Also das ist eigentlich schon der ganze Sketch. Wir sagen, nach welchem Schema er einen Zufallswert erstellen soll, sagen dann Einschalten oder Ausschalten, dann benennen wir jeweils den Pin, der ein- oder ausgeschaltet werden möchte. Das könnte man theoretisch sogar noch vor dem If-Wert bestimmen. Dann würde es für beide zählen. Kann man auch machen. Ich habe es jetzt hier in die geschweifte Klammer reingeschrieben. Dann schalten wir entweder ein- oder aus, und im Anschluss warten wir einen zufälligen Zeitwert ab. Also alle drei Schritte, die wir hier in unserem Sketch programmiert haben, basieren auf dem Zufall. Das könnte man bereits so jetzt verwenden und so auf die Anlage stellen. Sobald der Arduino mit Strom versorgt wird, fängt er an, diesen Ablauf zu erzeugen. Ich möchte das jetzt allerdings ein bisschen anders machen. Ich habe bei mir auf meiner Modellbahnanlage eine kleine Ringleitung gelegt, die drei Äderchen beinhaltet. Zum einen mal Plus, zum anderen Minus, und zum dritten habe ich immer einen Befehl, der sagt, jetzt ist es Nacht. Und bei Nacht starten eben die verschiedenen Beleuchtungsfunktionen. Das heißt, ich sage jetzt, dieser ganze Prozess, der darf nur starten, wenn auf dem Pin 2, das ist immer der, der bei mir belegt ist, Pin 2 ist immer belegt mit diesem Eingangsbefehl, Licht an oder es ist Nacht. Deswegen sage ich jetzt, dieser ganze Prozess darf nur dann starten, wenn auf dem Pin 2 ein Wert anliegt. Das heißt, ich mache hier jetzt nochmal eine Spalte rein und sage jetzt, if, Klammer auf, 2, gleich, gleich, high, Klammer zu, Semikolon brauche ich ja nicht, genau. Dann die geschweifte Klammer. Jetzt mache ich kein Enter, sonst würde er die geschweifte Klammer gleich wieder zumachen. Ich möchte ja, dass die geschweifte Klammer erst hier unten wieder zugemacht wird. Also geschweifte Klammer zu. Das heißt, dieser komplette Block hier, der ist jetzt wirklich nur dann aktiv, wenn auf dem Pin 2 auch tatsächlich ein Eingang ansteht. So, der Einfachkeit oder der Übersichtlichkeit mache ich jetzt hier überall zwei Leerzeichen davor. Das ist ungefähr auch das, was der Arduino automatisch machen würde. Und dann sieht man das nämlich leichter, was denn jetzt hier in welcher if-Schleife kommt. Aber was ist denn, wenn jetzt dieser Pin abfällt, dieses Signal an dem Pin 2 abfällt? Dann möchten wir ja nach und nach alle Lichter wieder ausschalten. Also starten wir jetzt hier unten einfach nochmal eine if-Abfrage. If, Klammer auf, 2, gleich, gleich, low. Also wenn das Signal an diesem Pin nicht high ist, sondern low, Klammer zu. Nächste Zeile, geschweifte Klammer, nächste Zeile. Und jetzt sehen wir wieder, das ist eben dieser Abstand, wo ich vorher auch erklärt habe. Und jetzt möchten wir nach und nach einfach alle ausschalten. Wir möchten also nicht mehr fragen, zufällig entscheiden, ein oder aus, sondern es muss immer ausgeschaltet werden. Welche LED und in welchem Abstand, das soll weiterhin Zufall bleiben. Also nehmen wir einfach diesen Teil hier und kopieren diesen runter. Kommand C, zack, Kommand V. Jetzt müssen wir das wieder in ein ordentliches Bild bringen. So, hier noch ein Leerzeichen rein. Also das wäre der eigentliche Abstand. Dieses Semikolon schmeißen wir raus. Brauchen wir nicht mehr. Wir sagen jetzt also, wenn du nicht high bist, wenn an dem Pin kein 5-Volt-Signal ansteht, dann entscheide zufällig, welchen Pin du nimmst und schalte diesen ab. Und warte wieder. Also nach und nach gehen die Lichter aus, wenn das Steuersignal sagt, jetzt ist nicht mehr Nacht oder jetzt möchte ich alle Lichter ausschalten. Das ist eben der ganze Clou an der Geschichte, dass ich jetzt zentral an einem Taster oder mit einem Arduino, auf dem ein Foto-Widerstand ist oder vielleicht ist dieses Signal auch direkt mit einem Arduino gekoppelt, der eine Tag-und-Nacht-Steuerung durchführt. Ich kann jetzt mit diesem einen Signal allen Arduinos gleichzeitig sagen, jetzt ist Nacht, starte deine Lichteraktion oder jetzt ist Tag, beende deine Lichteraktion. So habe ich das bei mir auf der Anlage umgesetzt und ich finde es so ganz praktisch. Muss man aber nicht. Das ist eigentlich der komplett fertige Sketch und dann laden wir den ganzen mal hoch und dazu gehen wir hier auf Sketch müssen oder beziehungsweise gehen wir erstmal auf Werkzeuge. Wer weiß, ob das bei euch richtig eingerichtet ist. Hier als Board müssen wir das Board auswählen, das wir eben aktiv haben. Bei mir ist das dieser Uno und deswegen habe ich den Uno auch ausgewählt und unter Port sehen wir jetzt bei mir das Problem. Ich habe den Arduino nicht eingesteckt, deswegen taucht er hier nicht auf oder beim Öffnen des Programms habe ich ihn nicht eingesteckt, deswegen taucht er hier nicht auf. Ansonsten würde hier irgendwas im Sinne von USB, bla bla bla, Arduino stehen. Das müsst ihr natürlich auswählen, dann kann der Sketch hochgeladen werden. Ich habe das bereits auf meinem Arduino mal gemacht. Und ich zeige euch mal, wie das dann aussieht. Also hier können wir dann den Aufbau noch einmal erkennen. Diese weißen Kabelchen sind vom Pin 3 bis zum 7 belegt und führen rüber jeweils auf die LEDs. Das geht im Plus, also im längeren Füßchen der LED geht es rein und wenn es aus der LED rauskommt, geht es mit einem Widerstand zurück auf die Minusschiene, die wiederum zum Arduino führt. Und dadurch gehen jetzt die Lichter zu unterschiedlichen Zeitpunkten an und wieder aus, alles per Zufall gesteuert. Ich habe eben hier noch die schwarze Brücke von dem VCC, von dem 5 Volt Signal genommen und auf den Pin 2 gelegt, damit meine Steuerung auch beginnt. Und so können wir das jetzt hier beobachten, wie das abläuft. Ich kann ja mal das hier rausziehen. So, das heißt, wir haben jetzt gesagt, es ist kein Nachtmehr. Und siehe da, alle LEDs sind jetzt aus. Es waren nicht allzu viele an, aber wenn das so gewesen wäre, dann hätten wir das beobachten können, wie eine LED nach der anderen Stück für Stück ausgeht. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich erklärt und ich hoffe, ihr könnt es auf eurer Anlage umsetzen. Ich würde natürlich auf der Anlage in dem Häuschen kein Arduino Uno verwenden, sondern ein Pro Mini vielleicht, irgendeinen kleineren Arduino, wo ich dann die LEDs auch tatsächlich drauf löten kann und den dann mit diesem Sketch bespiele. Dann müsst ihr eben oben in euren Werkzeugen nicht den Arduino Uno auswählen, sondern eben was auch immer ihr verwendet habt, zum Beispiel den Pro oder Pro Mini, damit der Sketch auf den Arduino angepasst wird. Ja, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, hier mit mir ein bisschen zu tüfteln und zu basteln. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Wenn nicht, dann stellt mir die Frage einfach entweder unten bei den Kommentaren oder auf meiner Webseite gibt es ein Gästebuch, da könnt ihr eintragen oder ihr könnt auch über meine Webseite direkt mich persönlich anschreiben mit einer E-Mail. Dann versuche ich natürlich auch schnellstmöglich die Frage zu beantworten, entweder in Form eines Videos, das ist ja für andere vielleicht auch interessant und ich schreibe euch auf jeden Fall kurz zurück. Das war's von mir jetzt hier an dieser Stelle. Ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß beim Basteln. Probiert selber auch mal verschiedene Dinge aus, verschiedene Sketche vielleicht zu kombinieren, um da etwas Neues zu entwickeln und teilt es doch mit uns. Vielleicht über Facebook oder irgendwas würde mich interessieren, was ihr denn daraus so bastelt, aus den Informationen, die ihr hier von mir bekommt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.